Diese ETFs werden von Unternehmen rausgebracht, von Asset-Managern wie beispielsweise BlackRock oder Vanguard, die dann nicht nur diesen Prozess übernehmen in dem Sinne, dass sie sagen, ihr bringt uns das Geld, wir kaufen das dahinterliegende Asset mit einem Partner zusammen, sondern diese Asset-Manager haben ja auch ihre eigenen Kunden, für die sie ihre Vermögensverwaltung machen, die sie dann theoretisch auch zu dem Kauf eines ETFs, der unter sie gelistet ist, hinbewegen, die dann sagen, hey, weißt du, du hast ein Portfolio, du solltest diversifizieren, das ist eine neue alternative Asset-Klasse, solltest vielleicht ein bisschen dahin und dahin und dahin investieren und ein bisschen was davon kaufen. Und das erstmal grundsätzlich zum Thema ETFs. Was ist ein ETF?